Arbeiten, heiraten, Haus bauen, Kinder bekommen. Für viele ist das der wahrlich schöne Lebenstraum. Nicht so für meine Gäste, denn sie wollen alle mehr. Barbara Kalich, Talk um vier. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Träumen Sie manchmal von einem richtig aufregenden Leben? Meine Gäste heute Nachmittag, die träumen nichts. Die haben das wahrgemacht, denn ihr Leben ist ein Abenteuer. Herzlich willkommen euch. Ich darf mir eine Runde vorstellen. Andreas hat sich 2010 von all seinem Hab und Gut getrennt, um mit dem Fahrrad die Welt zu bereisen. Gemeinsam mit seiner Partnerin radelte er zweieinhalb Jahre um die Welt. Auch Elisabeth verabschiedete sich von ihrem Leben am Bauernhof und reist seither mit ihrem Mann an die entlegensten Orte der Welt. Ob weißer Hai oder Berggorillas, Elisabeth kennt keine Furcht mehr. Ihr Mann Peter ist mindestens so weltoffen wie sie. Eine seiner aufregendsten Reisen führte ihn in den Dschungel von Papa Neugin näher, wo er die Urvölker hautnah kennenlernen durfte. Auch Margot liebt die Herausforderung und startete in der Pension das Abenteuer ihres Lebens. Ob mit Auto, Motorrad oder zu Fuß, kein Weg ist ihr zu weit, um ihre Sucht nach neuen Erfahrungen und Impressionen zu befriedigen. Und das ganz alleine. Und Herbert und Doris sind beide leidenschaftliche Motorradfahrer. Das wahre Freiheitsgefühl auf dem Chopper treibt sie voran. Quer durch Afrika und Australien. Wahnsinnig spannende Geschichten. Andreas, ich möchte auch gleich mit dir beginnen. Ihr seid mit dem Fahrrad zweieinhalb Jahre, plus minus, unterwegs gewesen. Quasi von einem Kontinent auf den nächsten. Begonnen hat das mit einer Reise nach Jemen. Obwohl du gar nicht so der Abenteuertyp warst in der Jugend. Das stimmt, ja. In meiner Jugend habe ich das Abenteuer vielleicht ein bisschen über den Sport gesucht. Aber ferne Länder zu bereisen, das habe ich damals überhaupt nicht am Schirm gehabt. Mein Bruder ist damals immer schon auf Interrail gefahren. Ich habe mir immer so gedacht, da war ich so 16, 17. Warum macht man das? Da schlafen wir irgendwo im Dreck. Und das ist ja nicht lustig, Pauschalurlaub, das ist es. Aber er hat mir dann einmal mitgenommen, eine Woche. Wir sind nach Sizilien runtergefahren mit dem Zug. Haben überall geschlafen, wo es nur ging. Und danach habe ich mir gedacht, eigentlich ist das schon cool, was der macht. Und ich bin dann über Reisebücher, Reiseberichte und erste Reiseerfahrungen draufgekommen. Hey, da gibt es ja noch viel, viel tollere Dinge als Pauschalurlaub. Und 2007 habe ich dann Gott sei Dank mit der richtigen Partnerin ein Schlüsselerlebnis, eine erste intensive Reise gehabt. Wir haben damals unsere Fahrräder gepackt, sind in den Jemen geflogen und wollten dort die Insel Sokotra beratern. Und das haben wir dann durchgezogen. Wir haben unseren ganzen Jahresurlaub uns genommen, sind nach Sana geflogen in die Hauptstadt des Jemen, haben die grandiose Altstadt, diese schönen Lehmhäuser bewundert und sind dann ein paar Tage noch im Berg Jemen wandern gewesen. Und dann ging es eben auf diese Insel, auf die Insel Sokotra, die zwar politisch zum Jemen gehört, geografisch aber eher am Horn von Afrika liegt. Und wir waren von Beginn an fasziniert von dieser intensiven Art des Reisens, mit dem Radl dort unterwegs zu sein. Das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Waschen wäre in Jemen? Noch nicht. Und das ist im Moment auch schwierig. Also es gibt oft, bereist man Länder, wo Syrien beispielsweise, das konnte man vor vielen Jahren wunderbar bereisen, ist heute schier unmöglich. Man kann hinfahren, aber du hast noch dieses Land, dieses wunderschöne Land bereisen können. Es war damals auch schon etwas schwierig. Man musste schon wissen, wo man hin kann als Tourist, weil es auch damals schon Off-Limit-Zonen für Touristen gab. Aber abgesehen davon konnte man sich noch relativ gut bewegen. Und die Insel Sokotra ist auch heute noch oder wieder bereisbar. Es gibt mittlerweile einmal in der Woche einen Flug von Dubai. Aber trotzdem ist es ein sehr entlegenes Reiseziel, schwierig hinzukommen. Aber wenn man einmal dort ist, dann erlebt man da einfach eine Insel, die seinesgleichen sucht auf der Welt. Es sind nie große Investoren dort gewesen. Es gibt keine Hotelburgen, es gibt eigentlich keine touristische Infrastruktur. Außer ein paar Menschen mit Jeeps, die interessierte Reisende da rumfahren. Und Angst hattest du nie? Auf dieser Reise hatte ich nie Angst. Da haben einfach alle positiven Erlebnisse überwogen. Es war, wie gesagt, für uns ein Schlüsselerlebnis, eine Schlüsselreise, wo sich in uns der Traum entwickelt hat, einmal loszuziehen, ohne zu wissen, wann wir wieder zurückkommen. Peter, hast du jemals Angst gehabt, Furcht, in ein fremdes Land zu gehen, wo man nicht weiß, ich meine, wir sind hier in einem gelobten Land mit tollen Spitälern. Wenn was ist, ist gleich die Rettung da, Hubschrauber. Angst, Respekt. Ich hatte Respekt, ich habe versucht, das Risiko zu minimieren. Restrisiko bleibt immer, wissen wir alle, braucht man nur vor die Haustür gehen. Angst als solches eigentlich nicht. Ich hatte Respekt, ich hatte immer versucht, unsere Ziele mit viel Planung, mit viel Lesen, mit viel Kommunikation über Leute, wie zum Beispiel bei diesem Bild, was wir hier hinten sehen, in Westpapua, bei den Danis, bei den heute noch in der Steinzeit lebenden Menschen, die man zuerst einmal finden muss, weil das ist gar keine Garantie, dass man die überhaupt vorfindet. Und hier im Bild zum Beispiel sieht man eine sehr interessante Situation. Wir wurden schon tagelang von diesen Danis beobachtet, als wir im Zelt dort übernachtet haben. Und die schauen sehr sensitiven und sehr interessierten Menschen, die Danis. Dieser hier hatte ein Furunkel auf seinem linken Oberschenkel und das hat geblutet, das war voller Eiter. Meine Frau als Krankenhaus, 30 Jahre im Krankenhaus, die hat diese Wunde gereinigt, hat sie abgesaugt, hat sie verpflastert und schon hatten wir freundliche Augen. Wir hatten einen Freund, der uns darüber hinaus dann noch in seine Hütte einlud. Und das war sensationell, man konnte keine Angst haben. Aber du bist kein Wissenschaftler, also du hast ja gesagt, deine Frau ist im Krankenhaus tätig gewesen. Das war einfach privat. Also Interesse an... Also angefangen hat es so, dass wir nicht nur jetzt die Danis und Lanis in Papua besucht haben. Wir hatten vorher schon mehrfach Expeditionen auf eigene Faust geplant. Aber viele Menschen, Elisabeth, denken sich, was nimmt man da mit? Also wenn man so in den Dschungel geht, was packt man zusammen? Was man da zusammenpackt? Eigentlich, nur das Nötigste, erstmal Sonnenschutz braucht man nicht. Man ist ja im Dschungel, man ist ja in den... Man schützt von den Bäumen, ja. Oder unter dem Dach der Bäume. Unter dem Dach der Bäume. Man braucht gutes Schuhwerk. Regenschutz. Ja, Regenschutz. Aber da hat es so geschüttet, dass da auch der Regenschutz nichts mehr genützt hat. Wir haben im Zelt übernachtet und um Mitternacht sind wir raus aus dem Zelt und haben bei den Danis da an der Hütte, an der primitiven Hütte geklopft. Und ob sie uns da reinlassen, denn bei uns ist alles geschwommen. Aber wie redet man da? Man kann ja die Sprache der Danis nicht. Nein, das stimmt. Mit Händen und Füß. Mit Händen und Füß, genau. Das ist ja interessant. Du bist auf einem 500 Jahre alten Bauernhof groß geworden. Mit Reisenabenteuer hattest du ja so nichts am Hut, oder? Mit Reisen nicht, aber ich hatte das Glück, dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, dass ich da reingeboren bin. Und das ist schon... Ein Abenteuer. Auf einem Bauernhof, das ist ein Abenteuer. Man ist in der Natur, man ist unter Tieren, man kann jederzeit raus und man fühlt sich frei. Und tauchen wolltest du immer schon? Tauchen, nein, da hat mich mein Mann dazu gebracht. Da hat er einen ganz schönen Trick angewandt. Nämlich? Wir sind da in Australien gewesen und bei einem Freund, der hat den Pool und da fragt mich mein Mann, willst du da nicht mal ein bisschen länger unter Wasser bleiben? Habe ich gesagt, ja, freilich, das ist ja sicher ganz lustig, dass ich nicht einen Atemzug nehme und dann nach einer Minute schon wieder raus muss. Also hat mein Mann eine Tauchflasche, hat mir eine Tauchflasche umgehängt und ich bin abgetaucht. Mundstück? Ja, ein Mundstück, was man dazu braucht und das hat mich fasziniert. Nach zehn Minuten wurde ich nervös. Was ist los? Komm rauf! Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass ich in einer der besten Tauchschulen in Townsville dafür gesorgt habe, dass wir drei Wochen später, wir sind raufgefahren, zweieinhalbtausend Kilometer und dort hat meine Frau das Padi, das Naui, das CMS und die Grundausbildung bis zur Top-Ausbildung mit allen Side-Steps dort gemacht. Ich bin ganz begeistert von deinem Sweater mit dem Oktopus. Das ist mein Foto, das ist ein Exklusiv für mich gemacht. Ich habe hunderte, die das wollen, gebe ich nicht her. Großartig! Und vermutlich weißt du auch, wie ein Oktopus mit den Herzen, mit den Gehirnen... Ein Oktopus hat blaues Blut, der Oktopus hat drei Herzen. Ja, also ich bin ein Fan von Oktopus und ich habe, das ist mein Foto, das ist mein Entwurf, der wurde mir in Thailand angefertigt. Also ist wirklich fisch, muss ich schon sagen. Ich wollte mir, danke, aber trotzdem gebe ich nicht her. Ich habe drei Stück und vielleicht, ja... Nein, musst du nicht, aber ich bin auch sehr fasziniert von den Oktopoden. Du, Elisabeth, du bist mit einem Walhai geschwommen. Ja, genau. Der, wo du ihn auch kurz sogar berührt hast. Ja, genau, ich bin so nahe herangekommen, dass ich ihn mit dem Fuß ganz leicht berührt habe. Ich meine, wir sehen jetzt dich hier mit dem Walhai. Ja, genau. Ja, okay. Aber es hat uns viel, viel Ausdauer. Nein, Überwindung nicht, denn man will ja zu dem Tier und man will ja viel Ausdauer, dass man so nahe herankommt. Und du tauchst hier aber ohne Tauchflasche? Ja, genau, auf Null. Krass. Okay. Und das geht so, ohne weiteres? Man braucht schon Training, freilich. Ja, aber wir haben uns das erarbeitet. Wir haben, und das war im Indischen Ozean. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ein Walhai wird aus Respektgründen nur ab Null bedaucht. Okay. Und dieses Bild ist mehrfach prämiert worden. Und alleine, wenn man da schaut, wie der Abstand vom Walhai zu meiner Frau, also man ist der Meinung, das ist am Computer gemacht. Das ist faszinierend. Der war ungefähr 15, 16 Meter lang, hat so um die 200 Tonnen. Ein unglaubliches Erlebnis, aber es hätte ganz schief gehen können. Erzähl, wie das war, dass du überhaupt heute hier sitzen kannst. Ja, das habe ich unterschätzt. So ein großes Tier, wenn er abtaucht, der Sog, genau, wie du sagst. Der nimmt einen riesen Sog mit, natürlich, ich habe da keine Luft mehr. Man braucht ja weniger Luft, wenn man da mit hinuntergesaugt wird. Aber man muss ja wieder rauf. Und ich habe sie gesehen, ich habe fotografiert, auf einmal stehe ich, wie meine Frau im Dunkeln verschwindet. Und auf einmal ist sie nicht mehr da. Und was ist los? Und auf einmal, das Handwerk dauert ewig. Wollte sie vielleicht nach einer Minute oder kam sie stampfend nach oben, hat sich befreit von dem Sog. Und ich habe das alles durchfotografiert. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Salzwasser getrunken wie bei dieser Geschichte. Das war unglaublich. Aber ein Erlebnis, das euch niemand mehr nehmen kann. Taucht von euch sonst noch wer? Nein? Niemand? Ich habe es schon mal probiert. Probiert. Aber diese, Herbert, so verbindende Erlebnisse werdet ihr wahrscheinlich auch haben, oder? Ja, wir sind vielleicht in einer ein bisschen anderen Richtung unterwegs. Durch das, dass wir unser Motorrad immer im Schlepp da haben, haben wir natürlich wieder andere Probleme. In der Richtung, dass so zum Beispiel war, unsere Reise war geplant nach Afrika, die erste Reise. Und Syrien war geschlossen durch den Krieg. Und dann bekam ein Kurschiff von Italien nach Israel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das über Libyen. Und Doris wollte nach Kairo fliegen. Also sie hat schon einen Flug gehabt. Wir haben schon die ganzen Visas gehabt für Äthiopien, Sudan und so weiter. Und ich habe dann wirklich auch ein Visum bekommen von Libyen, natürlich kein Touristenvisum. War dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und da kommt es jetzt, was Peter sagt, mit dem Respekt. Also ich verwende das Wort genauso immer. Respekt, nicht Angst. Aber dies war jetzt die Situation. Ich wurde schon einmal beschossen in der Türkei. Und in Libyen war es dann so, ich bin wirklich an der libyschen Grenze gestanden und habe gesehen, okay, da erwartet mich jetzt wirklich was Ernsthaftes. Der Botschafter hat gesagt, bitte fahr nicht rein. Das ist ein Tod, du wirst es nicht überleben. Das Benghazi wirst du nie leben draus kommen. Und ich wollte eben durch Libyen durch. Aber da warst du alleine ohne Doris unterwegs? Da war ich alleine. Und Doris hätte ich eigentlich am Flugplatz in Kairo erwartet. Und dann wären wir runtergefahren nach Kapstadt. Ja, und dann ist wirklich das passiert eigentlich. Und da war jetzt eben nicht mehr Respekt, sondern da war eigentlich die Angst. Und ich war ja allein mit dem Motorrad. Ich war wie eine Zielscheibe in Libyen. Ich war voll ein paar Geld natürlich. Ich kann in Libyen hast du ja nicht mit irgendwelchen Kreditkarten bezahlen. Und der Botschafter ist nicht mehr fünf Kilometer zur Arbeit gefahren in Tripolis, weil er gesagt hat, das ist momentan so gefährlich, sie werden nur mehr beschossen. Und ja, jetzt steht man aber unter dem Zwang einander, sagt, okay, dann fahre ich halt gar nicht hin. Aber jetzt hat man die ganzen Visa im Sachsen, sie hat den Flug gebucht. Und jetzt steht man irgendwie unter dem Druck. Und ich vergleiche das so wie am Mount Everest. Ich stehe 100 Meter drunter. Es ist nicht mehr weit, aber ich bin zu spät. Und da habe ich noch die Möglichkeit, ich gehe rauf und ich schaffe es nicht mehr runter. Ich war zwar oben, ich würde es aber vielleicht nicht überleben. Und dann ist eben folgende Situation gekommen. Man hat nicht unterscheiden können, was ist Militär, was ist Polizei, welche Stämme sind da unterwegs. Alle in Militärkleidung. Seit dem Aufstand damals oder dem Tod von Gaddafi haben die alle ihre Waffen einbehalten. Und ich wurde dann an der Militärkontrolle kontrolliert. Und in dem Moment, ich habe meinen Helm noch auf und habe mein Motorrad, ich habe so einen Stern drauf gehabt, den habe ich noch zupickt. Und in dem Moment packt mich das Militär, zieht mich hinter die Mauer, er schmeißt mich direkt hinter die Mauer. Und ich habe geglaubt, der will irgendwas von mir. Jetzt haben die aber gesehen, da kommt ein Pickup mit Maschinengewehr drauf. Und die haben den Stützpunkt dann beschossen. Also das ist nicht gegen mich gegangen, aber ich war natürlich beteiligt dabei. Und der ist dann natürlich durch, die haben den nachgeschossen. Und ich war auf einmal mitten im Krieg. Und man steht auf und so etwas sieht man normal noch im Fernsehen. Und man steht auf und dann... Der coole Typ. Das waren aber jetzt nur 300 Kilometer. Ich hätte aber noch 1800 Kilometer vor mir gehabt. Und da habe ich gewusst, okay, jetzt ist es Zeit umzudenken. Und dann haben die gesagt, was machst du da? Und die haben zu mir gesagt, was machst du da mit dem Motorrad? Irre. Und man muss eben die Hintergeschichte auch wissen. Man hat die ganzen Visas. Das heißt, es war viel Arbeit. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich raus aus dem Land. Ich wollte dann am Polizeischutz. Die Polizei hat gesagt, ich fahre nicht da mit dir als Galionsfigur da spazieren in Libyen. Dann wären wir noch genauso beschossen wie du. Und das waren meine höchsten 300 Kilometer, muss ich sagen. Wo ich wirklich Angst gehabt habe. Also da habe ich nicht mehr Respekt gehabt. Das wandelt sich dann in Angst um. Das hat sich wirklich in Angst umgedreht. Gott sei Dank habe ich meinen Dank voll gehabt und ich konnte in einem Zug nach Tunesien fahren. Es ist dann auch schon noch dunkel geworden dazu. Also das war die Situation, was ich keinem wünschen würde. Wenn man einen zweiten hat, dann kann man sich ein bisschen besprechen oder was. Aber wenn du komplett allein bist und du fährst wie eine Zielscheibe mit deinem E-Pengen. Da weiß jeder, okay, das ist jetzt unser Opfer. Gut, aber du warst immer schon so ein cooler Hund, kann man sagen. Also in jungen Jahren schon. Bist nach Spanien, dann nach Marokko, wo der Papa gesagt hat, nein, du fährst mir dort nicht hin. Also das wirst du vielleicht noch erzählen. Aber Doris, du warst ja eigentlich so, kann man sagen, die brave Ehefrau und Mutter, oder? Bevor du den Herbert kennengelernt hast. Ja, Temperament habe ich immer schon viel zu viel gehabt. Habe da auch genug an meine Kinder abgegeben. Und wie ich das Thema Kinder dann abgeschlossen habe und den Herbert kennengelernt habe, dann bin ich eigentlich hinter meine große Leidenschaft gekommen, hinter das Reisen. Ich war immer schon eher so ausbrüchig, aber ich habe nicht die Möglichkeit gehabt. Und durch den Herbert dann, wir haben halt so geredet mit ihm dann und gesagt, ich würde schon gerne, würde schon gerne mal. Und so ist das dann losgegangen. Also habt ihr zuerst die Reisen gebucht und euch dann verliebt? Oder warst ihr vorher ein Paar und dann habt ihr mit dem Reisen begonnen? Der Herbert hat schon mit 18 Jahren mit den Reisen begonnen. Nein, ich meine gemeinsam jetzt. Gemeinsam? Ihr zwei. Da wart ihr schon ein Paar. Ja. Wir müssen zusammenkommen und schon geleistet auch schon. Ja, okay. Das ist nämlich, irgendwer hat einmal ihr gesagt auf der Bühne, wenn man jemanden kennenlernen möchte und wissen möchte, wenn man zusammenpasst, dann soll man gleich mal auf Urlaub fahren. Wenn es dann passt, passt. Ja, genau. Wenn nicht, nicht. Genau. Drum sage ich immer, nimm deine Frau mit auf Reisen, dann kommst du auch wieder sicher nach Hause her. Ja, fahr nicht mehr alleine. Jetzt macht das ja eh so, ne? Immer zu zweit. Jetzt reisen wir ja nur mehr zusammen, ne? Ja. Genau. Die Margot, gleich Andreas, die Margot reist aber allein. Die reist alleine und zwar freiwillig. Ich bin schon immer gereist, schon als Jugendliche bin ich aufgebrochen mit dem Fahrrad durch die Schweiz und so weiter. Wie alt warst du da? Ich war 13, genau. Und zwar hatte ich auch ein Dreigangrad und kein Handy und GPS, sondern eine Karte, wo die Straßen drauf waren. Und ich hatte eine Liste von Jugendherbergen und Jugendherbergsausweise, sodass ich wusste, wo ich hin muss, wenn ich übernachten will. Ich bin in Tuttling, in Baden-Württemberg, an der Donau geboren. Und Schaffhausen ist eigentlich um die Ecke. Schaffhausen, ja. Von daher war das nicht so dramatisch, da jetzt erst mal in die Schweiz zu kommen. Bodensee hat ja Österreich und Schweiz an seinen Grenzen. Und diese Reise war so faszinierend. Ich habe glücklicherweise eine Mutter, die mich dabei unterstützt hat. Und die Reise war so faszinierend, dass ich festgestellt habe, es ist genau das, was ich brauche, was ich schon immer wollte. Und von da an bin ich eigentlich weiter gereist. Bis heute. Bis heute bin ich gerne und alleine unterwegs. Womit? Bist du mit dem Rad zu Fuß? Also ich mache alles. Ich bin nicht festgelegt wie ihr beide auf ein dickes Motorrad. Aber ich habe inzwischen auch Motorräder. Ich bin zuerst zu Fuß vor allem gewandert. Tausende von Kilometern Richtung Westen und über die Alpen. Und auf dem europäischen Fernwanderweg Richtung Osten. Auf dem Dreier Richtung Istanbul. Und ich glaube, jeder, der anfangen möchte, so etwas mal auszuprobieren, insbesondere alleine, sollte einfach zu Fuß losgehen. Auf einem gut ausgestatteten Wanderweg, wo die Infrastruktur da ist, die Schilder da sind, wo man Unterkünfte und was zu essen und zu trinken findet. Das war bei meiner Wanderung nach Santiago de Compostela und Finisterra nicht so, weil ich diagonal von Nordhessen aus durch Frankreich gewandert bin. Und da war die Infrastruktur sehr dünn. Das heißt, ich musste immer gucken, wo ich was zu trinken herbekomme und was zu essen und hinterher dann auf dem Kamino. Und natürlich, da ging es dann besser. Und ich wollte eigentlich dann, 2014 war das, da wollte ich auf dem E3 durchs Erzgebirge nach Polen und Tschechien wandern und Richtung Istanbul. Und dann kamen die Flüchtlinge, die Flüchtlingsbewegung. Und an den Grenzen war alles voller bewaffneter Bürger, denen ich nicht zugetraut habe, dass sie mich unterscheiden können von irgendwelchen Flüchtlingen, die zwar in der anderen Richtung unterwegs sind. Aber ich bin ja dann auch zu Fuß unterwegs und sehe ähnlich aus. Dreckig wird man immer, hat vorhin jemand gesagt. Und habe mich dann entschieden, erst mal mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und zwar einer kleinen 125er, einer Geländemaschine durchs Pamir-Gebirge, durch Tatschikistan. Und das war die erste Reise, die ich sehr lange gemacht habe. Vier Monate war ich da unterwegs. Und hast du zwischenzeitlich immer gearbeitet? Ich habe auch gearbeitet bis 2018. Und deswegen konnte ich zum Beispiel diese Tausende von Kilometern immer nur in Etappen machen. Und dann habe ich festgestellt, dass es doch schwierig ist, wenn man nur drei bis fünf Wochen unterwegs ist. Da fängt nicht das Floating an, weshalb man unterwegs sein wird. Und dieses Floating war mir ganz wichtig. Ich hatte mit Leuten gesprochen. Was ist Floating? Floating, genau. Ich hatte mit Leuten gesprochen, die... Ein Impact. Die drei Monate, vier Monate unterwegs waren. Und wie die davon geredet haben, was mit ihnen passiert nach zwei, drei Wochen. Wie man anfängt, im Unterwegssein zu Hause zu sein. Wie man nicht mehr dauernd überlegt, welche Post ist im Briefkasten. Oder auf die Uhr guckt. Ich hatte überhaupt keine Worte. Du weißt nicht mehr, ist es Montag oder Freitag? Ja, sonst noch nicht. Du kommst dann nicht in den Float rein. Nein, genau. Du hast gesagt, was haben wir denn für eine Woche, was haben wir für einen Monat. Ja, genau. Ich habe wirklich nur ein Jahr mehr gewusst. Wie jetzt in Australien, neun Monate. Da denkst du gar nicht mehr. Du bist in einem Land, du bist nicht begrenzt von Visas. Und in dem Moment läuft es da hin und du weißt nicht mehr, haben wir Juli, haben wir August? Genau, du weißt nicht mehr, das ist ja im Prinzip und du weißt auch nicht, das ist der beste Moment, der mich immer wieder jetzt erreicht, weil es schneller geht, wenn man Übungen hat, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Das heißt, ich löse mich von meiner Person, die ich durch die Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit als Mutter und so weiter von zwei Söhnen, Oma von einem Enkelkind geworden bin, wenn ich aufbreche, bin ich völlig frei. Und ich kann, egal wo ich hinfahre, egal welche Richtung, kann ich plötzlich eine ganz andere Person sein. Und dieses Loslösen von erstarrten Strukturen, das ist der Grund, warum ich aufbreche. Ja, aber wo schläfst du, wenn du es mit dem... Wo schläfst du? Wo schläfst du? Also ich hatte noch nie Probleme, irgendwo zu schlafen, weil ich mich natürlich ähnlich wie du auch vorbereite und überlege, wo ist die Reiseroute, ich fahre nicht irgendwo ins Blaue. Ich brauche Visa, ich brauche SIM-Karten, ich brauche Informationen über das Land. Und als Frau allein auch? Ja, als Frau alleine, ich kann ja nun mal nur als Frau reisen, weil ich eine Frau bin. Und ich sage mal so, egal ob man Frau, Mann oder was auch anderes ist, divers, es ist gut kein Opfer zu sein. Und ich bin nicht als Opfer unterwegs, ich mache seit vielen Jahren Kampfsport. Das heißt, wenn mir einer zu nahe kommt und ich will das nicht, dann würde der das vielleicht bereuen. Also zu diesem Thema eine kurze Bemerkung. Ich getraue mir zu sagen, dass ich nahezu die Welt bereist habe. Weil beruflich von Alaska bis Argentinien gibt es kein einziges Land, wo ich nicht beruflich oder auch privat tätig war. Und Fazit, mein Fazit ist, 98 Prozent der Menschen, die ich oder wir getroffen haben in den entlegensten Regionen der Welt, wo man sich nicht verständigen kann, nur mit Mimik, sind gute Menschen. Sie ist nicht. 98 Prozent und mehr. Ich hätte 99 gesagt. Nein, 99 ist ein bisschen, also wir wurden auch nie. Also Angst, die du gestellt hast, die Frage, Barbara. Angst habe ich versucht zu eliminieren, indem ich mich vorbereitet, uns vorbereitet. Aber die Angst, die kam uns oft nachts. Wir konnten bei den Berggorillas in Ruanda, wir konnten bis zwei, drei Uhr früh, vier Uhr früh nicht schlafen. Da kam die Angst dann. Da war um Gottes Willen der Silberrücken, der stand vor uns. Uns wurde gesagt, wir müssen mit der Tonart, das unter seiner Tonart bleiben, sonst greift er dich an. Und wir haben das gemacht. Und ich in meiner Euphorie habe mich am Boden geschmissen. Ich wollte von dem Silberrücken ein Foto von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Und der kam auf mich zu und meine Frau hat mich mit den Füßen weggezogen. Und hat gesagt, der ist ja schon einen Meter vor dir. In der Nacht kam das, wie blöd ich war. Ja, das kommt einem erst. Wie groß ist dieser Silberrücken? Es war 20, 230, hat 200, 250 Kilo. Also der könnte dich schon... Oh, der, der, solche Bambus, der liebt das zarte Bambus. Vor unseren Augen hat er solche Bambusstöcke, die 18 Meter hoch sind. Der hat er mit zwei Fingern und mit Daumen abgebrochen. Und hat sich die Bambusstangen hergezogen. Wir haben das gefilmt und fotografiert. Und die oberen, die oberen blauen, da hat er sich durch die Zähne gezogen. Dann hat er uns angeschaut und hat gesagt, hey, hast du keinen Hunger? Was schaust du denn so blöd? Komm doch her. Erstmal zu deinen 98, meine Weltbevölkerung besteht zu 99,9 Prozent aus guten Menschen. Und vor Menschen hatte ich noch nie Angst, obwohl ich auch ein Erlebnis hatte in Kasachstan, das nicht ganz erfreulich war. Aber ich hatte vor allem Angst vor Naturkatastrophen. Ich war in Pakistan unterwegs, als die Jahrhundertflut war, zum Nangapabat 2022. Da konnte ich nicht weiterfahren, weil alle Brücken zerstört waren, alle Straßen waren durch die Erdrutsche und Schlammlawinen zerstört. Genau da war ich. Was war das jetzt? Das ist in der Türkei. Auf dem Weg zum Nangapabat, im Hintergrund der Ararat, den ich versucht habe zu besteigen. Da bin ich aber nur bis zum Camp 2 gekommen, auf 4.200 Meter Höhe. Und diese Reise war die Reise zum Nangapabat in Himalaya. Und dort bin ich natürlich durch Pakistan auch gekommen. Und genau auf dem Weg dorthin fing das an mit diesen schweren Regenfällen. Und da ist es natürlich so, wenn man dann im Gebirge unterwegs ist in den Bergen und sieht, wie riesige Steinbrocken auf den Autos landen und die Menschen da drin nicht überleben. Das hätte einen erreichen können, aber das weiß ich vorher. Und deswegen ist Angst nur dafür da, um respektvoll und sorgsam und achtsam mit mir selber umzugehen. Und mit den Menschen, denen ich begegne und mit den Ländern, durch die ich reise. Herbert und Doris, ich komme gleich heute gerade zum Andreas. Weil du irgendwie mit Angst oder mit... Nicht, dass jetzt Angst das beherrschende Thema hier ist, aber ihr seid doch auch durch Afrika. Quer durch Afrika, Australien. Wir sind ja zweimal durch Afrika. Bedingt durch Corona sind wir durch Afrika gefahren. Das Motorrad haben wir in Kapstadt abgestellt, um das nächste Jahr nach Kapstadt zu fliegen. Und dann noch einmal Afrika von unten rauf zu machen, Zentralafrika, also Ruanda, Uganda, Kenia. Das Foto ist entstanden wo? In Namibia. Namibia? Und das ist eine quasi... Eine Himba? Ja, die ein bisschen gefahren ist oder sie nur hingesetzt hat? Nur hingesetzt. Die ist wirklich aufs Madora gesessen. Ich muss sagen, cooles Foto. Also, toll. Die Himba sind sehr, sehr rennliche Leute. Also, die Frauen, die räuchern sich nur, die duschen sich nicht. Aber du riechst jetzt überhaupt gar nichts. Und wie sie aufs Madora gesessen ist, hat sie ein Tuch drunter hingelegt. Also, ist nicht selbstverständlich, aber die waren dann alle ganz begeistert. Von unseren Klamotten begeistert und wir waren für ihnen begeistert. Es muss eine komplett andere Welt für die sein, wie auch für euch. Ja. Ich habe ein Foto gemacht. Dann wollte ich halt sagen, sie sollen so machen. Ja, klar, dass sie sich nicht die Finger gebrochen haben. Sie wollten das unbedingt zusammenbringen. Dann habe ich den Dress halt Zeit und dann waren sie ganz, ganz happy. Ja, ja. Wir sind zum Beispiel bei unserer Expedition in die Steinzeit an einem entscheidenden Punkt angekommen. Wir sind also von Chaisapura nach Wamena. Wamena ist die kleine Ansiedlung, wo auch Hara reingeflogen ist. Und von Wamena haben wir dann, es fliegt da dort keine Fluglinie, ein eigenes Flugzeug organisiert, schon vorher, halbes Jahr vorher, mit Hilfe von einem Arzt und so weiter und so fort. Und dieser belgische Pilot, der hatte eine kleine Piper, eine Zweisitzer. Und wir sind in Wamena und nun ist er reingeflogen. Ja, wir haben ihn schon gesehen, als er kam. Und wir hatten so 150, 160 Kilo Gepäck mit uns mit. Und der junge Belgier kam auf uns zu und sagte, wo soll ich euch hinfliegen? Nach Dekai, zum Baliem River. Ja, sagen wir, wir wollen runter zur Arafurasee, wo ein Rockefeller mehr oder weniger verspeist wurde. Ja, das wollen wir miterleben. Sagt er, um Gottes Willen, schau mal in meinen Flieger rein. Und er hat die Tür aufgemacht, da waren zwei schwarze Säcke. Sagt er, in Dekai ist Tengue-Fieber, da liegen zwei Tote drinnen. Und wenn ihr wirklich runter wollt, muss ich zuerst den Flieger desinfizieren. Da standen wir beide vor der Entscheidung, okay, wir haben hunderte Millionen Rupien ausgegeben. Der Wechselkurs ist natürlich entscheidend, aber doch eine Stange Geld und jetzt endet alles. Und der Pilot der Belgier sagte, okay, ich fliege euch runter. Aber das war eine Entscheidung, wo wir, die Angst hat uns überwältigt. Und ich habe gesagt, Elisabeth, wir sind hier und wir machen das. Und beide haben wir gesagt, okay, wir machen das. Was euch nicht umbringt, macht euch härter. Andreas, ihr habt ja wahrscheinlich, ihr seid ja dann nach Alaska, also nach Amerika geflogen, glaube ich. Nicht ganz, nein, wir sind von Island nach Nordamerika, ja, aber nicht nach Alaska. Und von dort ging es dann eineinhalb Jahre lang in den Süden bis Patagonien, Feuerland. Du bist mit dem Fahrrad über die Pointe de las Amerikas, über den Panama-Kanal drüber. Claro que sí. Entonces, ¿du hablaste español? Claro. Eh, claro, porque no hablamos español ahora. So, jetzt kommt mal Oelspa. Nein, qué bien, qué bien. La ventaja es que los otros no nos entienden. No nos entienden en nos. Por si podemos hablar muchas cosas. Sí. Schau, wie schön. Bien, qué bien. Was nimmt man alles mit, was hat man alles dabei, wenn man anderhalf Jahr mit den Fahrrädern unterwegs ist? Sanze, Sanze. Hier sieht man ein Foto. Ja. Das zeigt meine Partnerin, die Anita, und mich mit der Ausrüstung für eine viermonatige Antenexpedition. Da haben wir alles drauf. Also ich würde mal sagen, mit diesem Setup könnten wir auch zwei, drei Jahre um die Welt radeln. Dann wäre überhaupt kein Problem. Was ist da? Auf Schlafsack, sehe ich, ne? Also Zimmerkuchelkabinett ist da dabei. Von der kompletten Campingausrüstung über einer ziemlich umfangreichen Fotoausrüstung, bis hin zu Klamotten, bis hin zu Notizbüchern ist alles drauf, was man so braucht. Also das Gepäck hat circa 15 bis 20 Kilo pro Person. Und ihr habt geschlafen unter dem Sternenzelt? Wir haben ein Zelt mit. Ja. Und in den heutigen Zeiten gibt es schon ziemlich gute Zelte, die kein Gewicht haben. Unser Zelt hat 1,7 Kilo. Es geht auch weniger. Es gibt auch Leute, die mit weniger Gepäck unterwegs sind, aber irgendwo muss man halt da seinen eigenen Kompromiss finden zwischen Komfort und Gewicht. Und natürlich, je komfortabler, desto schwerer werden die Sachen. Und bei vier Monaten kann man schon mal auf etwas verzichten. Das ist kein Problem. Und wie viele Kilometer fahrt ihr da am Tag? Es ist ganz schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, wenn wir auf Asphalt unterwegs sind und es hat nicht zu viele Anstiege, dann sind wir als Paar 80 bis 110 Kilometer gefahren. Es gibt Leute, die fahren viel, viel mehr am Tag. Überhaupt kein Problem. Es gibt Leute, die fahren weniger. Und wenn was passieren würde mit dem Reifen, dann könntest du ihn schnell wieder reparieren? Ja, natürlich. Natürlich hast du die nötigen Ersatzteile mit, ganz klar. Weil das ist nämlich das, wo ich mich frage, wenn du dann irgendwo im Nirgendwo bist und dann hast du einen Reifen... Also es gab Situationen, wo wir zehn Potschen an einem Tag gehabt haben. Gerade in so wüstenhaften Gegenden ist das kein Problem. Da sind überall die Tornen und die fährst du dir ein. Und manchmal passiert es, du schiebst dein Fahrrad auf eine Wiese rein und siehst dann schon die kleinen Morgensterne im Mantel picken. Dann machst du so... Und weißt, okay, die nächste Stunde weiß ich, was zu tun ist. Eine Frage. Die Routen, die ihr beide beraten wollt, sucht ihr euch die Säbel? Sind das bekannte Routen, die irgendwo, zum Beispiel meine Frau und ich haben von Darwin nach Adelaide, die 5000 Kilometer, den Stuart Highway, der durch Australien, mit dem Auto befahren und haben einen Japaner dort getroffen, der diese Strecke in zwölf Monaten gefahren ist. Macht ihr solche Dinge oder mehr individuelle? Also man orientiert sich teilweise an Routen, die gefahren werden. Ist diese Routen für euch interessant? Nein. Der Stuart Highway? Nein. Die Härte ist das. Es ist total langweilig, weil es einfach nur gerade da hingeht und sich die Gegend kaum ändert. Der Wind kommt natürlich aus. Die Greffel so. Ja, ja, ja. Also diese Problematik mit den Dornen und Glasscherben und Ähnlichem habe ich auf meiner letzten Reise, letztes Jahr bin ich von der Quelle der Donau bis zu ihrer Mündung mit dem Rad gereist. Donaudel, das ist schön. Ca. 300, 3000 Kilometer. Und ich hatte fünf Platten und ganz am Ende, da hatte ich sogar den Reifen wechseln müssen, weil der zerfetzt war. Und ganz am Ende schiebe ich meine Art Bing-Dorne. Und wenn man da, da muss man dann einfach fit genug sein und das auch lernen. Aber man lernt es unterwegs. Und was ganz wichtig ist, egal wo man hinkommt, überall gibt es Menschen, die einen unterstützen. Eine Frage. Gibt es etwas, was du nicht kannst? Sie kann alles. Ich lerne. Wenn ich nicht so gut verheiratet wäre, dann gäbe es da schon ein Angebot. Also ich sage mal so, ich hatte mit jedem Fahrzeug oder auch selbst, als ich zu Fuß unterwegs war, immer irgendwelche technischen Probleme. Und immer und immer und überall und auch in Europa natürlich, immer gibt es Menschen, die einen unterstützen. Herr Schabler, du hattest nicht jedes Mal einen Mensch neben deinem Problem beim Auto oder beim Fahrrad. Also wenn ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit dem Motorrad unterwegs bin, bin ich ja auf Straßen unterwegs, auf irgendwelchen befahrbaren Straßen. Und irgendwann mal kommt da jemand. Also ich ziehe den Hut vor dir, muss ich ja alles sagen. Ich vor euch allen. Also das ist gewaltig. Also wenn dich das interessiert, ich habe über jede dieser Reisen Bücher geschrieben. Und da steht auch drin, warum ich alleine reise. Ich schenke dir heute ein Buch von mir, was ich geschrieben habe über Hans Haas. Und du schenkst mir auch ein Buch. Aber magst du verraten, warum du alleine reist? Also ich, mein Mann ist verstorben, schon länger. Früher sind wir zusammen gereist. Und als die Kinder noch klein waren, noch nicht schulpflichtig, waren ein halbes Jahr in Portugal und Europa unterwegs. Mein Mann ist auch gerne mit mir verreist und den Kindern. Aber jetzt reise ich vor allem deswegen alleine, weil es total interessant ist, was das mit einem macht. Wenn ich alleine unterwegs bin, rede ich in Pakistan mit den Männern, wo keine Frauen unterwegs sind. Und die fragen mich, wer ich bin und wohin ich reise. In Pakistan zum Beispiel, wenn ich mit einem Mann unterwegs wäre, würde kein Mensch mit mir reden. Die reden ja nicht mit Frauen, weil in Beloucistan, das ist die Provinz in Pakistan zwischen Iran und Afghanistan, da sind keine Frauen in der Öffentlichkeit unterwegs. Und das ist so, dass es meine ganzen Kompetenzen und meine ganzen Fähigkeiten entwickeln lässt sich, wenn ich alleine unterwegs bin. Weil ich mache alles, ich suche den Weg, ich denke nach, ich löse Probleme, wenn welche auftauchen. Es macht mich immer stärker und stärker. Das ist ein Grund, warum wir keine Sponsoren wollen. Wenn ich und meine Frau, wir waren irgendwo auf der Welt und wenn wir sagen, so, morgen ist es zu, wir wollen nicht mehr, dann brechen wir die Sache ab. Entschuldige, ganz kurz, Peter, was ist das für ein Bild jetzt? Das ist ein Cacherias taurus, einer der gefährlichsten Haie, die in Australien endemisch sind. Und da sieht man meine Frau bei der Paarung zwischen Mitte Jänner und Ende Februar. Wir haben dort hunderte von Tauchgängen in Australien gemacht. Da rechts oben, was ist das, rechts im Eck? Ja, rechts im Eck oben, da ist ein etwas breiterer, das ist ein Blauflossen, ein kleiner Dummy, das sind so die Schwabenfische dort. Aber der Hai, das Gesicht, das ist auch... Ja, ich bin am Rücken gelegen, ich kenne diese Stelle, das ist auf 24 Meter. Ich spreche mich mit meiner Frau ab, etwas rechts, unten sieht man bei dem Felsen eine kleine Höhle, da verstecke ich mich, da gehe ich runter, da warte ich. Ich kenne die Kreise, das ist ein Weibchen, ja, und das Männchen kommt dann hinterher, die Weibchen suchen sich die Männchen. Und da sieht man dann schon, jeder Hai hat ja zwei Penisse, ja, und da sieht man schon, wie weit... Praktisch! Natürlich, die Natur hat vorgesorgt. Elisabeth, keine Sekunde Angst mit dem Hai? Nein, keine Angst. Aber Respekt. Und man muss wissen, wie man sich dem nähert. Aber, liebe Barbara, es ist so, dass ich auch geadelt wurde mit meinen Goldmedaillen als guter oder sehr guter Tierfotograf. Und mein Credo in jeder Beziehung, ob bei den Berggorellas oder bei den Hai-Fotografin ist, ein guter Fotograf, ein guter Tier-Naturfotograf, der muss bereit sein, jederzeit auf ein Bild zu verzichten. Ja. Das ist meine Botschaft und ich bedanke mich bei dir, dass ich das hier anbringe, zu den Zuschauern. Und, Margot, du schläfst ja mitunter auch in Wäldern, gar nicht mal im Zelt, wo sich ja auch Wölfe nähern könnten. Also tatsächlich muss man gar nicht sehr weit reisen, um Abenteuer zu erleben. Bei mir hinterm Haus im Wald im nordhessischen Mittelgebirge ist inzwischen Wolfshabitat, glücklicherweise. Und früher bin ich da ohne Zelt in den Wald gegangen und habe ein paar Tage verbracht. Jetzt nehme ich mir sicherheitshalber ein Zelt mit, aber auch wegen der Wildschweine, die sonst über mich drüber trampeln. Und wenn man dann da ein, zwei, drei, vier Tage alleine im Wald ist und die Ruhe auf sich wirken lässt, zur Ruhe kommt, das Handy möglichst nicht mitnimmt, höchstens für Notrufe, dann weiß, dass dort die Wölfe unterwegs sind auch, neben allen anderen Tieren. Dann wird das faszinierend und ich beginne, die Natur zu respektieren. Ich bin hier genau wie jedes andere Tier und jedes andere Wesen nur zu Gast. Genau. Ich meine, wir lieben auch Tiere. Aber die Spinne, die mich in Australien gebissen hat, die liebe ich jetzt nicht mehr, weil das hat mich fünf Tage krank. Wie heißen Sie die? Redback. Nein, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Die ist unten rein. Wir haben eine Spinne mitgehabt am Motorrad, die ist hinter mir gesessen. Und so ein Ding, ich weiß nicht mal, was das vorne war, die war ganz... Ja, die ist 200 Kilometer mitgefahren. Das war ein Handzmann. Unwissend. Die ist hinten am Gepäck gesessen. Das ist ein Handzmann. Mein Gott. Das war sicher ein Handzmann. Ja. Die ist genauso drauf wie ihr, die wollte die Welt sehen. Du hast doch die Hose ein bisschen weg vielleicht, wenn du fährst. Die ist ungefährlich. Ja, aber du hast keinen Spaß, wenn ihr die hinten reinhüpft. Nein, das macht Spaß. Ich habe ja das Gepäck dann runtergehoben vom Motorrad. Und ich habe zu Hause eine wahnsinnige Spinnenphobie. Hast du? Ja. Aber dann suchst du die besten Länder aus, Afrika und Australien. Nein, mein Mann hat immer gesagt zu mir, alle Tiere haben sich ausgeportiert von Australien. Du kannst da hinfahren. Ich bin ja nicht blöd. Sicher sind die alle da. Die warten bloß auf mich. Na sicher. Und ich habe mich arrangiert, ich will da rüber gehen und ich kriege das irgendwie gebacken. Und dann war es wirklich so. Und ich nehme das Gepäck runter und stelle es am Boden und dann sehe ich die Riesenspinne. Yes. Ich war aber wirklich total tiefenentspannt und habe dann zum Halber gesagt, das ist jetzt dein Job. Das war's. Hat mir gereicht. Mit dem Spinnenbiss war es natürlich so, ich gehe vom Zelt raus und ich spüre was am Knie. Am nächsten Tag wird es mehr und dann war das Knie dann schon so dick. Dann habe ich gesagt, wir müssen irgendwo in ein Krankenhaus. Kern ist aber immer noch 1500 Kilometer weg. Und dann bin ich, wenn ich dann sage, ich muss jetzt ins Krankenhaus, dann ist es wirklich dringend. Und ich konnte nicht mehr gehen, weil durch den angesprungenen Fuß war der wie steif, wie hart. Und die haben sich das angeschaut, haben Blut rausgenommen und haben gesagt, oh, schlimm, sofort da bleiben. Sofort Bein ab. Ja, wirklich wahr. Zwei, drei Tage haben sie gesagt, und dann war es bei Ihnen ab wegen Blutvergiftung. Der Fuß hat wirklich nicht mehr gut ausgeschaut. Ich habe da ein Foto, also wirklich wahr. Und dann war ich eine Woche im Krankenhaus oder fünf Tage im Krankenhaus. Und das Geschwollene war immer noch da. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt so eine Möglichkeit, wenn du weiterfahren willst, da müssen wir aber mit so einer Spritze unter das Knie rein, ohne Betäubung. Magdebitte. Ja, und wir müssen das rausziehen, sonst hast du die nächsten Wochen, Monate immer noch leiden. Also mit Antibiotika würde das nicht so schnell gehen. Da sehen wir uns dann öfter da in Mosmen im Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, okay, Variante eins, drei Meter Spritze. Die Krankenschwester ist dann hergekommen und hat mich dann mit der Hand so gehalten, dann habe ich gewusst, das würde wahrscheinlich wehtun. Ich habe gesagt, schau, ich bin tätowiert. Also wenn man das nichts macht, dann sagt sie, das ist ganz andersmals. Und dann hat der Arzt mir gesagt, Hussein, in fünf Tagen laufst du wieder, ist das okay. Und es war dann wirklich so. Aber dort sind doch die gefährlichsten Tiere in Australien. Ja, es waren gar nicht so viele, wie wir geglaubt haben. Aber die Brownie zum Beispiel, die gefährlichste Schlange, ist gerade erst vor einem Monat ein Franzose gestorben. In einer halben Stunde bist du tot und wir bauen das Zelt ab. Und was schießt drunter raus? Doris, noch mit der Kamera nach, das war die Brownie. Und die Brownie ist so aggressiv, die dreht sich auch um, die geht nicht. Die ist aggressiv. Die geht nicht weg. Die kommt wieder weg. Und vor allem, wenn sie dich beißt, du merkst es nicht. Du spürst es nicht. Du merkst es überhaupt nicht. Aber in einer halben Stunde bist du tot. Ja. Aber weil es doch auch viel um Angst und Respekt gegangen ist. Wir als Radfahrer haben die Erfahrung gemacht, dass weniger die Natur unberechenbar und unbarmherzig zu uns ist. Die ist so. Die Natur ist die Natur. Richtig. Und gefährlich wurde es für uns immer nur auf Asphaltstraßen mit viel Verkehr, wo viel Besiedelung ist. Großstädte mit einem Fahrrad in eine Großstadt, zum Beispiel nach Neu-Delhi in Indien reinzufahren, ist nicht lustig. Und darum haben wir mittlerweile beschlossen, unsere Touren abseits der großen Ballungsräume zu machen. Sie sind in der Kühe entschieden. Je weniger Besiedelung, desto besser. Je mehr Natur, desto besser. Bei allen gefährlichen Tieren in den Rocky Mountains haben wir mit Bären zu tun gehabt. Das erste Mal in unserem Leben war natürlich ungewohnt. Aber es gibt Verhaltensregeln. Totschehen, oder? Ja, genau. Das ist die letzte Option. Am Schluss, wenn gar nichts mehr geht. Also man muss den Tieren immer Respekt zollen und klar machen, man ist kein Opfer. Tieren und Menschen gegenüber. Und wenn es beim Bären gar nicht mehr anders geht, auf dem Boden, Nacken schützen und hoffen, dass er das merkt. Man kann sich schon an Regeln halten. Und was ich sagen wollte, ein Raubtier geht im Grunde genommen jeder Konfrontation aus dem Weg. Das ist mal die Grundregel zum Überleben. Und wie gesagt, wenn du die Regeln einhältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dir etwas passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir im Verkehr etwas zustößt, ist viel größer als in der Natur. Die meisten Leute sterben ja im Bett. Deswegen halte ich mich da nicht so lange auf. Das ist richtig. Das ist eine gute Strategie. Was ja auch ein schöner Tod ist, einschlafen und nicht aufwachen. Du warst noch in der Atacama-Wüste? Ja. Alleine oder zu zweit? Wir sind von Bolivien. Da war ich allein. Wir sind von Bolivien nach Peru. Die Hand, diese Hand. Was ist das für eine Hand? Die Hand ist in der Stadt Antofagasta. 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 Du kennst die Hand auch? Ich war noch nie dort, aber ich kenne sie. Und was ist das für eine Hand? Die Bewohner wollten ein Zeichen setzen gegen den Diktator Pinochet. Pinochet, aha. Der, was ja tausende Leute auf dem Gewissen hat. Das wissen wir von der Geschichte her. Und von Santiago de Chile wurde dann ein, wie sagt man, Bildhauer in der Richtung, beauftragt, um diese Hand rein in die Wüste reinzusetzen. Als Zeichen für die Opfer von damals. Einen Bildhauer, ja? Ja, Bildhauer. Aus Sand. Aus... Nein, nein. Ich glaube, das ist... Nein, das Sand, glaube ich, wäre schon lange wieder irgendwo. Aber wenn ich euch so frage, ihr habt so viel erlebt, so viele Abenteuer erlebt. Viele Menschen werden das nie erleben, was ihr erlebt habt. Wo ist es am schönsten, Doris? Oder was war das Schönste, was du gesehen hast? Wo sagst du, da würde ich sofort wieder hin? Das ist schwierig. Ich denke, in jedem Kontinent oder in jedem Land gibt es schöne Plätze. Mir hat zum Beispiel wahnsinnig gut die Diewel gefallen in Botswana. Und mir hat auch wahnsinnig gut das Sosusfleck gefallen in Namibia. Das sind meine Highlights jetzt, wo ich wirklich gesagt habe, wow. Und die Margot? Ich war 2022 im Himalaya, im Fuße des Nangapabat. Dort, wo Hermann Brühl 1953 als der Erste war, der das bestiegen hat, über die Rackio-Flanke. Und das ist mein Geburtsjahr. Und ich wollte das sehen, wo er hochgegangen ist. Und ich bin bis zum Camp 1 auf 4.500 Metern gekommen dort. Und dort bei diesen Bergen zu sein, die so faszinierend sind, die höchsten Orte der Erde in dieser unfassbaren Natur und in dieser Ruhe auch, auch dort zu schlafen und aufzuwachen, trotz der dünnen Luft. Das war gewöhnungsbedürftig. Aber genauso liebe ich die Wüste oder das Meer. Spannende Geschichten, spannende Zugänge für jemanden, der jetzt zuschaut, wie du es gerade gesagt hast, und sich entschließt, auch ein Abenteuer zu erleben. Da waren jetzt ganz viele Tipps dabei. Was sollst du am T-Shirt stehen, lieber Herbert? Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren. Genau, und sich verteufelt gut auch vorbereiten. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt gesund. Viel Spaß bei eurem letzten Abenteuer. Bleibt so vorsichtig und respektvoll, wie ihr das beschrieben habt. Und jedes Abenteuer, ein kleiner Tipp an Sie zu Hause, ist letztendlich nur eine Entscheidung weit entfernt. Danke fürs Zuschauen. Sie führen ein außergewöhnliches Leben, von dem Sie mir unbedingt erzählen wollen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da. Vielen Dank. Vielen Dank.